BigBlueButton – Wie man Gruppenräume erstellt In der Rolle Moderator kann man während einer laufenden BBB-Session jederzeit Gruppenräume erstellen. Hilfe auf das Zahnrad rechts von der Teilnehmerliste klicken und den Menüpunkt Gruppenräume erstellen auswählen. Es öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Zuerst kann man die Anzahl der Räume maximal 16 definieren. Die einzelnen Räume lassen sich bei Bedarf umbenennen, hierfür einfach auf die Platzhalter klicken und tippen. Neben der Anzahl der Räume lässt sich die Dauer der Gruppenarbeitsphase einstellen. Diese kann im Nachhinein auch noch verlängert werden. Dann entscheidet man, wie die TeilnehmerInnen auf die Gruppenräume verteilt werden. Man kann sie zufällig zuordnen und diese Zuordnung auch wieder zurücksetzen, die Zuordnung händisch per Track & Drop durchführen, indem man die Teilnehmenden in die Räume zieht oder den TeilnehmerInnen selbst erlauben, sich einen Raum auszusuchen. Achtung, Personen in der Rolle Moderator werden Räumen grundsätzlich nicht automatisch zugewiesen, sie können aber jeden Raum betreten, wann immer sie möchten. Nun kann der die ModeratorIn noch entscheiden, ob das Whiteboard oder die geteilten Notizen innerhalb der Gruppenräume aufgenommen werden sollen. Werden die entsprechenden Checkboxen angehakt, können die Artefakte später von Personen in der Rolle Präsentator unter dem Aktionenmenü und Präsentationen verwalten ausgewählt werden und entweder im Plenum besprochen werden oder an den Chat geschickt werden, sodass alle die Ergebnisse aus den Gruppenräumen herunterladen können. Nachdem all diese Einstellungen vorgenommen worden sind, klickt man auf den Button Erstellen. Die TeilnehmerInnen bekommen einen Hinweis, dass sie nun den Gruppenraum betreten können und klicken auf Raum betreten. Damit öffnet sich ein extra Tab mit der Gruppenraum Session. Hier sind alle Personen automatisch Moderator, können also Präsentationen hochladen, Notizen an das Whiteboard heften oder auch Umfragen durchführen. Oben wird die verbleibende Gruppenarbeitszeit jeweils aktuell visualisiert. Währenddessen bleibt die Person in der Rolle Moderator im Hauptraum und kann über einen extra Menüpunkt ein Monitoring der Gruppenräume durchführen. Hier sieht sie zum Beispiel die Dauer und kann diese auf Wunsch ändern oder die Gruppenräume auch vorzeitig beenden. Über Benutzer verwalten kann sie zum Beispiel, wenn Teilnehmer später eintreffen, diese noch den Räumen zuweisen und über Anwenden die jeweilige Einstellung aktualisieren. Über das Gruppenraummenü kann die Person in der Rolle Moderator jederzeit einen Raum betreten oder über Audio starten, eine Audioverbindung in einen Raum aufbauen. Der Audiobeitritt wird mit einem entsprechenden Icon in der Teilnehmerliste für die Personen im Gruppenraum sichtbar und der D-Moderatorin kann in den Raum hineinsprechen und hören, aber nichts sehen. Über Audio zurückgeben beendet man diese Audioverbindung wieder. In das Feld Nachricht alle Räume können ModeratorInnen Nachrichten an alle Gruppenräume schicken. Diese werden dann in den jeweiligen Gruppenräumen farbig hinterlegt im Chatbereich angezeigt. Wenn die Gruppenarbeitsphase regulär von der Person in der Rolle Moderator beendet wurde, finden sich alle Personen im Plenum wieder. Bei Bedarf und wenn vorher die entsprechenden Checkboxen ausgewählt worden sind, kann nun die Person in der Rolle Präsentator über den Menüpunkt Präsentationen verwalten, die Artefakte aus dem Gruppenraum aufrufen oder an den Chat senden.